Ich mache alles im Opti-Grill, diesmal Big Mac Tacos. Und dazu muss man erstmal eine Big Mac Soße machen. Ich mache die aus Mayonnaise, Ketchup. Davon mache ich nicht ganz so viel rein, da mache ich wirklich nur so einen kleinen Schuss rein. Und dann ein kleines bisschen Senf. Dann kommen Salzdillgurken dazu. Also ich nehme hier so eine Salzdillgurke und hacke die ganz klein in feine Stücke und mache die dann mit dazu in die Soße. Im Prinzip kennt ihr das Rezept ja auch aus meinem Buch Opti-Grillen. Die besten Rezepte für den intelligenten Kontaktgrill bekommt ihr bei mir auf optigriller.com. Das Buch blende ich euch einfach auch hier nochmal ein. Das seht ihr dann unter dem Video. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Liquid Smoke rein und geräuchertes Paprikapulver. Da habe ich das Rezept jetzt ein bisschen abgewandelt, sonst mache ich das ein bisschen anders. Ist aber auch so sehr lecker. Jetzt habe ich noch Pfeffer dazu, ein bisschen Salz und dann passt das schon. Jetzt rührt ihr das schön um. Also ihr könnt da auch wirklich ein bisschen variieren. Ihr müsst da nicht mal eins zu eins bei dem Rezept bleiben. Ich fand gerade diese Liquid Smoke Variante, die macht das nochmal ein bisschen mehr Richtung Big Tasty Soße. Jetzt könnt ihr natürlich von der Soßenkonsistenz das Ganze noch ein bisschen variieren oder noch ein bisschen mehr Geschmack reinbringen, ein bisschen mehr Säure, indem ihr hier quasi von dem Gurkenwasser so einen kleinen Schluck mit reinschüttet, das dann mit untermischt und das passt auf jeden Fall sehr gut. Also immer diese Kombination aus Fett und Säure passt ja eh immer sehr gut im Kontrast. Das Fettige ist halt die Mayonnaise und das Sauere entsprechend die Gurken und das Gurkenwasser. Jetzt braucht ihr Wraps. Wichtig, nehmt die kleinen Wraps aus dem Supermarkt, denn die großen passen nicht in die Backschale rein. Jetzt pro Wrap 150 Gramm Rinderhackfleisch drauf und das knetet ihr jetzt schön ordentlich feste draufgedrückt auf die Wraps. Einfach schön gleichmäßig verteilt, dass die komplette Fläche schön belegt ist. Nehmt einfach ein Rinderhackfleisch, das finde ich eigentlich am besten eins, was einen hohen Fettanteil hat und dann macht ihr oben noch Salz und Pfeffer drauf. Der hohe Fettanteil ist immer für mehr Geschmack. Und gebt am Ende auch ein bisschen mehr Fett zum Anbraten in die Backschale mit rein. Also das Fett löst sich ja dann quasi, wenn ihr anbratet und gebt dann entsprechend Flüssigkeit bzw. Fett, was dann richtig gut und richtig viel Geschmack bringt. Jetzt habe ich die Backschale vorgeheizt auf manuell volle Stufe und grille die jetzt quasi in der Backschale an und mache das für 6 Minuten, sodass die ordentlich angeröstet werden. In der ersten Runde hatte ich es nur 4 Minuten gemacht, geht auch. Es ist auf jeden Fall dann schon durch, wenn man es dann auch wendet und dann nochmal ein bisschen drin lässt. Ihr seht von der Farbe, wenn man es jetzt noch 2 Minuten länger lässt, habt ihr ein bisschen mehr Röstarom. Und wir sehen, wir haben jetzt Flüssigkeit in der Backschale, die jetzt quasi beim Wenden auf das Wrap sich drauf setzt und dann entsprechend den Geschmack auch wieder ins Wrap gibt. Ich mache jetzt noch Käse drauf, der dann noch schmelzen muss. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen drauf achten, wenn euer Hackfleisch ganz wenig Flüssigkeit abgegeben hat, weil es vermutlich sehr wenig Fett hat, dann dürft ihr es jetzt nicht zu lange drin lassen. Ich mache das jetzt zu, habe es mir nochmal so 2-3 Minuten gelassen, aber guckt da bitte ab und zu rein. Denn das ist ganz wichtig, wenn euch das jetzt an der Stelle verbrennt, wäre das ziemlich ärgerlich. Und daher der Hinweis, wenn ihr viel Flüssigkeit hier drin habt, dauert es ein bisschen länger. Wenn ihr wenig bis gar keine Flüssigkeit da habt, dann geht es ruckzuck. Zweite Runde kommt dann direkt hinterher, auch wieder einfach auf die Fleischseite reingeworfen. Und das geht wirklich ruckzuck, also wieder 6 Minuten eingestellt. Und ja, jetzt wird das Ganze belegt. Da könnt ihr natürlich beliebig belegen, aber ich finde so auf den Big Mac gehört auf jeden Fall hier der Eisbergsalat. Oder heißt der Kopfsalat? Kopfsalat, glaube ich, ne? Ne, Eisbergsalat. Und dann die Big Mac-Soße und rote Zwiebeln habe ich auch noch drauf gemacht. Die Gürkchen sind ja schon in der Soße drin, sonst könnt ihr die auch noch extra drauflegen. Ich würze jetzt immer noch mal ein bisschen nach, ein bisschen Pfeffer drauf. Und dann ist das fertig. Es wird ja zusammengeklappt und guckt euch an, wie sensationell das aussieht, auch außen. Da ist schön der Wrap außen mit Geschmacksträger schön angeputzelt worden, mit ein bisschen Fett von dem Rinderhackfleisch. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine schnelle Variante, ein Big Mac-Sandwich zu machen. Big Mac-Sandwich kennt ihr ja, ist ja auch ein cooles Rezept im Opti-Grill. Aber hier ist das Ganze noch mal ein bisschen einfacher, weil es wirklich deutlich schneller geht und vom Geschmack sehr ähnlich ist. Und ihr habt weniger Brotanteil. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Das Ergebnis gefällt mir sehr gut. Das hält dann auch ganz gut, wenn man es einmal zusammengeklappt hat, wenn der Wrap so ein bisschen aushärtet. Und dann könnt ihr das genießen. Jetzt mache ich für euch natürlich noch den Geschmackstest, ob es wirklich so gut ist, wie erwartet. Und das ist definitiv gut. Die Soße macht natürlich sehr viel aus und das schmeckt richtig gut. Also das ist wirklich ein schnelles Gericht, was ich glaube ich öfter machen werde. Und das klappt bestimmt auch auf den Grillplatten. Also wenn ihr es einfach auf den Grillplatten manuell grillt, dann müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass euch der Wrap nicht verbrennt im Gegensatz zum Fleisch. Weil hier hat man natürlich einen Vorteil bei der Backschale. Die Hitze ist unten an der Backschale hauptsächlich und von oben habt ihr nur ein bisschen indirekte Hitze. Und daher klappt es hier ganz gut in der Backschale mit diesen Wraps. Aber ich habe das schon mal als Lachmatschun-Variante auf den normalen Grillplatten gemacht. Und da hat das auch funktioniert. Als Käse habe ich hier übrigens oben drauf Cheddar gemacht. Ihr könnt natürlich jeden anderen beliebigen Käse nehmen. Wenn ihr so einen Schmelzkäse nehmt, schmilzt der auch nochmal schneller. Cheddar braucht halt ein bisschen länger. Der hat natürlich nicht diese Schmelzsalze mit drin. Aber ja, da warte ich lieber ein bisschen länger. Aber ich finde den normalen Cheddar auf jeden Fall leckerer. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr ein bisschen mehr Soße habt, dippt einfach diesen Big Mac Wrap danach da rein. Das ist richtig lecker. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer OptiGriller Benni. Und denkt dran, das neue OptiGrill Magazin ist da. Bekommt ihr jetzt bei mir im Shop auf OptiGriller.com. Bis dann, macht's gut.